Ich könnte hier einfach zubauen. Seid gesegnet. Ihr scheint sehr vertrauenswürdig zu sein. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Unsere Stadt ist in einem ausgezeichneten Zustand und genießt einen guten Ruf. Wir sollten mit den Dörfern in Kontakt treten. Die Siedler von Gerana vertrauen uns. Wir müssen sie vor den Angriffen von Crimson Savat schützen. Die Dörfer müssen überleben. Wir beten für eine Erlösung von Crimson Savat und ihren Armeen. Bitte bezwingt ihre Truppen in Santa Cortillas. Seid gegrüßt, Ritter. Ich hörte, dass ihr den größten Teil von Gerana unter eure Kontrolle gebracht habt. Es scheint wieder sicher zu sein, den Hafen anzulaufen. Kommt doch vorbei und seht, was ich anzubieten habe. Erstmal müssen wir Crimson Savats Angriff zurückschlagen. Dann muss ich gucken, dass ich an Eisen komme. Also hier unten Eisen hole. Und ich muss endlich gucken, dass ich hier das Loch zukriege. Ja. Aha. Ah. Oh, vielleicht geht das jetzt. Ja, sieht gut aus. Dann als nächstes gleich mal hier. Hier sollte es relativ einfach gehen eigentlich. Ja, so sollte es okay sein. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl. Jawohl. So, die Mauer ist zu. Die Mauer wird gebaut. Sehr gut. Verstanden. Jawohl. Alles klar. Haben wir eigentlich den Jäger? Den Jäger haben wir ausgebaut auf Maximum. Gut. Gut. Vorwärts. Was macht ihr da oben? So, fach. Angriff. Verstanden. So, meine Käserei hat schon keine Milch mehr. Hehehe. Wie sieht es mit Tieren aus? Tiere sehen gut genug aus, dass ich ein zweites Gerbe errichten kann. Und vielleicht sollte ich hier die Fläche nutzen, um Wolle dann zu produzieren. Also, sobald ich die zwei Truppen aus dieser Stadt vertrieben habe. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, was ist diesmal eingetroffen? Ah, wieder Milch. So. Was? Ich kann da nicht weiterbauen. Ich kann da nicht weiterbauen. Na gut, dann machen wir es anders. Äh, reißen wir dazu nochmal den Teil bitte ab. Sehr gut. Ich kümmere mich gleich ums Eisen, sobald ich hier... Ne. Kümmer mich erstmal ums Eisen. Das wollte ich nicht. So. Ich glaube, zwei Eisenhütten reichen fürs Erste. So, so sollte ich den Eingang zur Mine nicht zubauen. Hier klappt auch alles wunderbar. Wie sieht die Apotheke? Die könnte ich doch ausbauen. Die Gerberei ausbauen. Könnte ein bisschen was von meinem Weizen verkaufen. Ich liebe es zu handeln. Ich zahle etwas weniger und erhalte etwas mehr. So, jetzt können wir uns wieder um das Thema... Thema... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Burgmauer kümmern. Äh... Gut, dann machen wir hier zu. Äh... Das hier ist halt ein bisschen blöd gerade, muss ich sagen. Ich spreche... Äh... ... ... ... ... ... Wo krieg ich das jetzt zu? Also ja, das ist gut zu jetzt. Ei! Auf euren Befehl! Da kommt wieder Bauholz. Oh, das geht. Das wahrscheinlich nicht, nein. Gut, dann ist das hier halt doppelt gemoppelt, ist aber auch halb so wild. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Und ja, so wie die Milch reinkommt, ist sie auch schon wieder weg. Also sollten wir uns um ein bisschen eigene Milchproduktion kümmern. Die Tiere sind da unten, dann ist das okay, wenn ich das hier oben... Unsere Stadtmauer ist geschlossen. Nun sind unsere Siedler sicherer. Sie vertrauen uns blind. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Blindes Vertrauen ist eigentlich nicht immer vorteilhaft. Allerdings geht's ja hier um uns. Oh, unser... Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Darum kümmern wir uns gerade. Schon unterwegs! Schon unterwegs! Verstanden! Können wir den Milchbauern auch gleich weiter ausbauen? Also ja, da kommen uns Kühe. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch Eisen von unseren Eisen... unserer Eisenmine. Hier unten kann ich dann zwei Schafsfarben aufbauen. Und ja, am besten das Lagerhaus mal weiter ausbauen. Alles klar! Heikarren mit Rohstoffen ist eingetroffen! Sehr schön. Also ja, die Mission ist jetzt wieder etwas friedlicher, beruhigender. Und hoffentlich nicht so verpackt wie die letzte. Noch jeweils einen Trupp. Dann werden wir... das Dorf hier befreien, damit wir Schafe kaufen können. Ich frag mich, was haben die im Angebot? Ja, Medizinstein Eisen. Baditen sind Feinde. Hafen hat gerade nichts. Und ja, wenn wir denen geholfen haben, werden wir die beiden Küstenregionen vielleicht mal einnehmen. Da unten gibt's nämlich Fisch. Noch mehr Steine für uns. Und noch einmal Jagdwild. Eisen. Jede Menge Eisen und Steine. Also wahrscheinlich erst mal die Region, dann die Region. Wir müssen ja nicht unbedingt in jeder Region was bauen. Jawohl! Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Ja. Wäre nicht schlecht. Kuhfarben. Fert ausbauen. Die Gerberei noch fertig ausbauen. Wäre auch noch eine gute Idee. Und ja, ich kann hier hinterm Lagerhaus auch eine Straße langziehen und hier auch noch mal Gebäude bauen. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und sieht meine Waren. Und hier Straße. Da können wir hier nämlich auch noch bauen. Kein Karren mit Ruhstoffen ist eingetroffen. Wir müssen hier nämlich schon ein bisschen kompakt bauen. So, Bogen schützen. Jawohl! Alles klar! Ei! So, den können wir ausblenden. 대해 schaffigen. This kind mehr Zand l Long. So. 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 Vielen Dank.